Ja, der ist geschlafen. Stellen Sie sich mal vor, Ihnen passiert Folgendes. Es ist Nacht, Sie sind unterwegs und auf einmal sehen Sie ein ganzes, kein Brand, ein großer Brand. Und Sie tunten dieses Feuers nun auf einen hohen Haut. Ja, ich bin ein Hautherr. Ja, das geht los. Das ist ein Tag. Was hat los? Ja, das geht los.